Wir kommen in der Campusbibliothek am Standort Holländischer Platz. Die erste Bauphase ist geschafft und wir betreten jetzt die Bibliothek und zeigen, was es Erneuerungen gibt. In der Eingangshalle angekommen befinden sich als erstes unsere Schließfächer. Sie müssen Jacke und Tasche nicht einschließen, können dies aber gern tun. Und wir haben in der Vergangenheit auch gehört, dass die Schließfächer sehr vermisst wurden und sehr willkommen sind. Ebenso Informationen auf den ersten Blick erhalten Sie über unsere Infomonitore. Wenn Sie ein Schließfach zum ersten Mal belegen möchten, müssen Sie sich mit der Campuscard für die Nutzung der Schließfächer freischalten lassen. Dazu halten Sie Ihre Campuscard an den Touchpoint dieses Schließfachsystems und sind für die Nutzung der Schließfächer registriert. Die Nutzung des Schließfachs ist denkbar einfach. Wenn Sie sich registriert haben, suchen Sie sich ein nettes Schließfach aus. Das öffnen Sie, legen Ihre Sachen hier ein, schließen es und halten hier unten Ihre Campuscard an. Dann legen Sie den Riegel um und jeder kann sehen, dass dieses Schließfach belegt ist. Wenn Sie fertig sind und nach Hause gehen möchten, was auf jeden Fall am selben Tag noch geschehen muss, halten Sie Ihre Karte wieder an und das Schließfach öffnet sich automatisch. Unser neues Leitsystem begleitet Sie farblich durch die Bibliothek. Das Stockwerk, in dem Sie sich befinden, ist farblich komplett hinterlegt. Die Erfarben der anderen Stockwerke sind hier nur angedeutet. An unserer Servicetheke stehen wir Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. Die Servicetheke ist zweigeteilt. In diesem Bereich sind Kollegen der Bibliothek für Sie da und in dem anderen Bereich die Kollegen des IT-Service-Centers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017